Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich heiße Joe und ich bin Nymphomanen. Sexsüchtig. Wir nennen das Sexsüchtig. Das weiß ich. Warum? Wäre es für dich in Ordnung, wenn ich den Kindern das Hurenbett zeige? Ich bin noch nie einem schlechten Menschen begegnet. Doch, jetzt schon. Sorry. So funktioniert das nicht. Die meisten schreien erst, wenn ich sie schlage. Wow. Der einzige Unterschied zwischen mir und anderen Menschen ist vielleicht, dass ich immer mehr vom Sonnenuntergang erwartet habe. Atemberaubendere Farben, wenn die Sonne auf den Horizont trifft. Das ist vielleicht meine einzige Sünde. Infomania Ich erlass mich nicht Das ist vielleicht meine Sünde. 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 Das ist vielleicht meine Sünde.